Hallo, mein Name ist Michael Schack von Versicherungsfit und in diesem Video möchte ich dir den Begriff Bedingungsupdate erklären. Bedingungsupdate ist ein Begriff in den verschiedensten Versicherungssparten, die besagt, wenn ihr einen Tarif habt und dieser Punkt mit drin ist, dass der Versicherer, wenn er dann in Zukunft neue Tarife rausbringt, die dann verbessert worden sind, also wo mehr Leistung drin ist als in den Alttarifen, dann zählt es automatisch für euch mit dazu. Das hat natürlich den ganz großen Vorteil für diejenigen, die sich nicht jedes Jahr oder alle zwei Jahre um ihre Versicherungen kümmern, dass immer das aktuell gehalten wird durch neue Risiken, die einfach dazukommen, an die wir heute noch gar nicht denken. Aus der Historie betrachtet ist zum Beispiel das in der Privathaftpflichtversicherung mit den Leistungspunkten, zum Beispiel Allmählichkeitsschäden oder Gefälligkeitshandlungen, die damals noch nicht automatisch mit drin sind und heute eigentlich in jeder Versicherung zu finden sind. In Zukunft zum Beispiel, was könnte da kommen? Zum Beispiel fällt mir spontan dieser Drohneneinsatz ein. Also mittlerweile gibt es ja überall Drohnen zu kaufen, die ja auch abstürzen können und somit einen Schaden verursachen. Das ist automatisch erstmal nicht in älteren Tarifen drin, weil es früher sowas einfach noch nicht gab. Und wenn jetzt heute ein Versicherer einen neuen Tarif rausbringt, wo dieses mitversichert ist, dann zählt es automatisch dann auch für euren Tarif. Auf dem Beispiel Drohnen zum Beispiel ist aber meistens auch eine Kilogrammgrenze angegeben. Das ist in der Regel zwei Kilogramm. Wenn die Drohne schwerer ist, dann müsste das dann schon über eine gewerbliche Versicherung mitversichert werden. Ich hoffe, dir mit meiner Definition hier etwas weitergeholfen zu haben. Schau doch in meinen anderen Videos noch vorbei mit meinen Begriffserklärungen. Wenn dir das gefallen hat, lasst doch gerne den Daumen nach oben und like dieses Video. Dann bis dahin, euer Michael Schark. Servus! Servus!